so hört sich das immer bei mir an wenn ich aufnahme starte für mich aber auch immer wenn ich meine audioaufnahme starten war ja auch mal ich mache mir mal 321 wir haben ja ich bin ganz langweilig ich gehe zum krump ja gut da muss botlein helfen ich gehe nach oben ich verpiss mich gespielt mein erstes normal seit monaten wird schon schief gehen den froschenden wir müssen so ping wir müssen so ping das wird mir so auf den keks gehen wir geben ihn kurzen wie also wir machen ein paar auto text drauf was willst du die jetzt jagen wir haben kein get close eben also das ist sinnlos aber wie kann mein gott der garren weiß nicht er weiß nicht was sie wissen wird nämlich ein stein okay der garren spielt noch nicht lange ich habe mich gerade zwischen hin und her bewegt jetzt nicht bemerken soll ich ihn mal hauen der berger lebt hier erst jetzt schon okay du darfst nicht vergessen dass du deinen fahnden war dein fahr nicht vergessen darfst so ja fack fack da hätte ich nicht reinrennen sollen scheiße scheiße hätte ich nicht reinrennen sollen ich warte hin und her gerissen von der fettleibigkeit dieses wundervollen frosches von der fettleibigkeit okay der garren tut mir leid der spielt wirklich noch nicht lange okay erst mal nachladen das wollte ich nicht okay wir spielen echt noch nicht lange oh mein gott die ich möchte nicht kritisch mit jans gericht gehen und wenn ich der sage dass wie ein lobe spielst dann meine ich das aus ich dachte meine ich dass er hat nein da mein das nicht ernst erst ein ganz lieber ich werde nicht fangen ich werde er sterben wirst du ich werde nicht tanzen was soll ich denn sagen guckt euch mal die top lane an und ich bist du doch mal allein was ist alleine gegen zwei nur allein gegen den garren ich bin nur ganz scheiße im last hitten ich bin nur ganz scheiße im last hitten ich bin nur konzentration die innere mitte finden und wie wild und wie ein kleines mädchen kreischen auf allen knöpfen rundhauen ich bin schön hallo ich bin schön hallo ja jinn du bist ein netter hast du gerade den schaden von meinen auto attack of the ash gesehen das war ja der hammer ich hab kein leben ich hab kein leben ich hab kein leben ich hab kein leben und dann vielleicht weg so ich auch will mache ich zwar ungern aber ich hab irgendwie ich hab das innere bedürfnis zu trollen gegen den wäger ja das ist das problem oh nein was machst du ich hab nicht lächeln er war nicht mein job ich muss mir doch noch ein bisschen angst machen dann sag doch das nächste mal bescheid so Käse versuch mal wenn du auf die Minions treuerst nicht die ganze Zeit drauf zu freuen sondern darauf zu warten dass du dann wirklich auf den last mitbekommst ja es ist schwer ich krieg nicht immer das Timing das ist das halt ne ne ich weiß ich kenne das ich bin auch nicht besonders gut da dran das ist eine Übungssache wirklich last hitten ist eine absolute Übungssache ich selber bin damit auch noch ziemlich scheiße außer du hittest wie ein MG naja ich bin schon Level 6 what the fuck du hast eben nicht alleine erstmal ja wenn jetzt nehmen wir alles den bekomme ich nicht mehr den wäger den hätte ich jetzt fast bekommen oh du armes töff töff ich geh mal kurz in den River warden ok ich bin gleich wieder da ich will nur ein Wort hier hinsetzen hey ward mir den River der Sonne geht daher eh oh was geht der Sonne hinterher eh oh was geht oh die Akali ist jetzt hier jungler in der Mitte oh was war das denn und bam 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 hab ich sie nicht benutzt schwimmt meine Maus schon wieder oder was das Problem was ich gerade habe ist einfach mein Mana am Anfang ey das ist so ätzend ja habe ich nicht gesehen gehabt aber zum Glück habe ich einen ziemlich guten Krupp weil du spams wie eine bekloppte wie viel geld hast du gerade 1400 denn das mal zurück weil die müssen ja gleich erstmal alles rein pushen oder geh du mal zurück oder nee weil wir gehen beide zurück ich hab kein mal so sollen sie erst mal mit meiner mine spielen sollten sie dahin kommen die mine zum bösen spiel hast du gefälligst auch nicht zu leuten zu sein was ist ja noch da ist immer noch da war ich habe ihn gerade einfach überfahren freundlich sein ist ich komme der war so low also dass er nicht sogar ich habe damals schon gewusst dass wenn ich so nur bin dass ich mich möglichst ach hey akali hast du gegönnt die kann auch ganz auf die akali die hat ja auch nicht auf der falle ich hab dir auch noch gefistelt die frau also irgendwie hallo wir kommen hier noch nicht weg meine damen und herren städt stemmen das problem ist ja egal dass die jahre ach wenn ich wiederholst ich komme frei okay von mir aus kannst du machen aber wenn es möglich ist mir den kill bitte lassen weil ich brauche dringend kills wow was was ein mikrofon ist gerade wieder leiser okay nicht nur okay ja nicht deine soll ja das wird immer was jetzt mit 6 und stress die kriegen stress okay so er gehört hier macht sie fertig soll ich mal fies sein und meine ulti benutzen was ich hab's schon ja also auf der mitte ist es locker ein doppel kill mit einer ulti würde ich aber jetzt gerade nicht ja ich sehe es es ist wieder voll nicht nur das sind die grad gut am pushen die rennen zurück also von daher wahrscheinlich ich hätte gerne ich weiß nicht es sah so aus als ob die nach unten gehen würde also notfalls habe ich immer war geworden also das für mich aber auch noch ein paar platziert also die werte das sehen wer noch gar nicht zu sehen ich weiß nicht wer ist da hatte nicht so auch die leben und das ja kann großer khali ich versuch ja klar die luke des es wie sieht's mit aus gerade versuche ich den tower einzureißen ja ich habe teleporten 30 ja gerade erstmals weger wieder da weg weg die baby wollen einfach aus dem baulau nacher karl die schnutzel pulle pupselchen kommen ja ich komme unterwegs akali mäuschen hat sich verzogen verdammt und keine sorge holt der tower ist mein geringstes problem okay passt musste ich holen sorry ist nicht schlimm deswegen habe ich auch noch was ich hatte ja noch eine miene platziert ok so prediktet also ich gehe kurz zum drake und den worten aber ich muss zurück ich stehe 30 ja doch everybody und naja was soll ich sagen ich bin ich kaitlin so lass durch pushen das gut steht die krieg von mir ordentlich aufs maul ich vertrete ich war ganz kurz in der mittag dafür habe ich das ist schnuffig und mein gott wie süß meint ihr das ernst meint die akali das ernst dass sie mich dass die beiden wollt ihr wirklich und den stück von mir und dass man akali kugel macht mich aber mich nicht du bist eine lulu du schluckst relativ wenig da ist ja ja die akali benutzt ihre babbel auch richtig super also wenn ich sie schon ändern kann wenn sie die babbel anhat das sagt viel das war die gute idee kiesu jetzt konnten wir an den turm ran das war zwar nicht meine absicht aber gern geschehen der wäger fahrt aber ab und zu mal seinen page harrekk nice ulti level 2 ich schnapp mir top tower duraka support op kommt noch mit dem tower kaputt ich hab ja klar liegt moment auch süß naja ein bisschen geld ist egal ich lebe noch von daher alles gut meine minions machen den rest ich habe das schlimme ist jetzt nicht mit mir mit mit der ulti ausgeträgt da habe ich nicht drauf geachtet ich bin also sie hat ihre ulti benutzt ist an mir vorbei und ich habe meine benutzen bin dann hier vorbei richtig gülle ich mache die erste alleine ja jedes mal dass meine w schon benutzt deshalb könnt ihr euch auch gut hier ab oh 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 yes BAN 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 Lord lauf weiter lauf weiter And Drake God ist der blöd Der spielt echt noch nicht lange Oh shit And tot Er ist tot der ist tot Der is fucking dead Als ich hättė billion Jahre meine Rüstung reinhaugen können dann hätt´ an mich noch ne Jan deinem jagen können Auf halt das war nice Nice beat Nice beat Nice beat ja aber nur wenn du deine superpistole mitbringst aber ich habe letztens weger getötet einmal kommt offenbar top oder geht wieder jungle ich denke sie kommt ja gut dann lass mal dass man schnell drake machen wieso wenn sie mich folgen will kriegt sie aufs maul ich habe alles ab die wird von einer labine überrollt ich habe teleport wenn ich brauche ja warte noch ist die grad nichts los ich habe geister bei mir die wusch akali kommt runter nein das hat sie mit ich hätte pass mal kurz auf käse auf ich muss zurück jetzt hätte ich nur eine blöde frage warum hast du jetzt den wager zu mir mit runter regelmäßig checken ob die aufnahme noch läuft ich gehe mal kurz mittel ich habe keine leute ich muss weg fucking abkali jetzt sollte ich aber laufen der gute alte stein der gute alte stein okay habe ich da gerade echt im welt den wäger noch mit gefolgt wow ja geil stolz rüstung rüstung ich komme noch mal ein bisschen mit dem mitkicks aber warum habe ich das nicht schon vorher gebaut ok topfeld ist was wobei top könnte fallen ja wohl macht nichts machen habe ich ein tp ist weg das habe ich für bot gebraucht ja gut gemacht gern noch weiter so sonidiot hat er echt versucht jetzt versucht lassen wir es mal versucht so raka sollte sich mal ganz schnell verziehen aber ist egal ich versuche die man hier zu beschäftigen das sind drei mann wir waren noch mal ein bisschen was ich muss mal ein bisschen zu freden ja ich meine käse rotier man die mitte ich glaube ich brauche hilfe durch den jungle durch also und schon jetzt ist etwas zu spät ja egal hauptsache der tower wird gehalten für dich benutze ich jetzt nicht meine ulti frau ja so du bist erstmal nutzlos für ein team feiten und jetzt bis handelt sie die dampfraume jetzt bin ich jetzt jetzt aber jetzt aber da habe ich ein ein bisschen blöd geguckt und steht der gern hat richtig nicht mehr was ist aus der promenze jetzt nützt nichts weiter der flash für mich bei mir auch gemacht ich muss laufen muss laufen muss laufen ich bin so dumm ich hab die geister in der hoffnung dass es klappt wir sollten uns alle zurückziehen ja ich gehe noch mal kurz den drake waren kann man mal gucken 40 sekunden 40 sekunden macht man die kappe die krabbe einprügeln ja die soll kommen ich habe hier den sehe den wäger der seinshot und die kommen hier alle in der mitte leute ja lass mal nicht wartet wartet vielleicht können wir so flanken seid ihr da ja ja ich bin in der front line was raus leute sagt schon dass ich ihn liebe das ist bitter da bin ich gestorben ich glaube ich bin da ja die wege haben wir noch mitgekriegt irgendwie steht mein erster ich gehe top wie unglücklich wieder bot gehen okay wie unglücklich machen ich habe teleport ready zur not ja alles sie sie hat einer folgen wort ja habe ich dann wohl willst du den stellen wenn ihr solltet ihr feiten müssen dass ich den teleporten kann ja ich glaube es kann auch schon dort aufgestellt online jetzt haben die den drachen gemacht scheiße warte mal die haben die drachen gemacht ja warte dann wisst ihr dass die bots sind h fahrrad erwartet ich muss dafür top der bord top oder im l fiktig wirklich wollen ja da haben das schlampe die können wir knicken all das die damen kredi oh ja das seid ihr dämlich oder was soll mir recht so ein rennt nur auf der hoppen kommt schon kommt zurück aber ich muss dafür top es war nicht so gut dass sie da fast alle gestorben seid aber die akali meinte scheiße sein zu müssen da willst du mich rein meinst du mich das sind immer noch drei mann unterwegs ok der gern weiß ich nicht wie man mit gern umgeht ok wo soll ich hin er geht am besten zu zweit die antworten der becker ist für mich keine dämlich ja ich meine dämme nicht renn weg ich habe nur verholt die schöne ich laufe ich laufe ich habe es an der port zu allergrößter und ich komme immer ein bisschen entgegen ich habe ich komplett entschuldigung nicht schlimm danke kommen so jetzt jetzt aber das richtige oh hallo ihr scheiß kack die sind alle da vorne aber ich habe immer den wäger gekriegt jetzt habe ich arsch geboren in einem schuh also wie richtig ich bin was haben die akali dich will ich töten ich komme mit mitte dann erwarte ich gehe halt erst mal top hat gern auf wenn ihr mich braucht ich habe teleport war nicht zu weit rein wenn wir nun mal ohne stelle hier sich das haben wir schon mal einen hin in der mitte ja aber den sehen die aber glaube ich ich stolz sehe hier nur der ist weg aber als kannst du auch zu den pinken wards teleportieren da sind einer im gebüsch die ich gestellt habe geil sonst soll ich noch mal ulti benutzen nicht jetzt und nicht ich bin unterwegs ich habe der panzer total war naja schnuck ist so macht sie hart Und jetzt Tower einreißen. Ich bin ein Stein. Sehr schön. Ja toll, ich bin ein Maskenmann. Angenehm. Ich bin ein Maskenmann. Ich bin ein Maskenmann. Ich bin ein Maskenmann. Ich bin ein Maskenmann. Ich habe das nicht aufschaut. Äh. Ich verscheid noch. Ihr könnt noch. Nee, warte. Lass's back, lass's back. Alle back. Ich bin unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ja. Die haben alle wahrscheinlich Homegars. Die wissen, dass wir dann da sind. They trying to stop you. Ich geh mal hin in den Bus. Ich hab wieder ulti. Das macht Spaß. Oh ja, Freunde. So bringen wir eine Shadow Normals bei, dass sie auch Spaß macht. in dem ich tatsächlich mal nicht viele was lernen wir daraus du bist eben ein Kleinstein Anfänger ich bin ein Kleinstein 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 wir haben am Anfang demokratisch abgestimmt Kleinstein oder Katuola das stimmt ich warte noch kurz auf meinen Spectress Cole warte mal willst du den Bluham holen? wenn du ihn willst sag ruhig Drache in 40 Sekunden Hi Ich bin dabei Warte mal ich benutze wurden die überhaupt die Gegner? warte ich guck mal keine Ahnung ich hab noch keinen einzigen äh ne naja gut ne ja gut die Nami hat einen Sidestone das muss nicht viel heißen aber es hat einen ob du ihn dann benutzt oder nicht ist ne andere Sache so ich hab jetzt erstmal den gesamten Dings gewordet wann soll Drake? äh äh du machst mein Klenkjab auf Ben Furry burn geil jetzt Mitte Leute Mitte okay ja die pushen hier unten gerade Leute das macht doch nix okay was sollen die machen was sollen die machen? ne lass mal links stehen die fehlt alles in der Mitte holt 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 blümchen was ist eigentlich mit der Nami los? warum bewegt sie sich nicht? die farm da gerade hat entweder keinen Bock oder ist die farm afk ich mach hier mal die Tower wir machen mal die Tower hey die zwei zwei hat gerade in der Norm Achtung hier vorne da war neu gewinnen wir gerade? ich glaub ja oh ich lache hart was gibt's daran zu lachen? du machst den Scheiß mein Freund nanananana Garen ah lol Ash wir müssen reden nö Ash wie die to talk geistes war ein saugeiles Game auf jeden Fall Doc haben wir noch angerannt aber konnte nichts mehr machen wollt ihr noch irgendwas sagen bei mir in der Aufnahme? das Spiel war saugeil ich freu mich grad einsteigen also die Kurzanalyse sehr kurz gefasst Penis 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 Männliches primäres Geschlechtsorgan wenn dann bitte mich regts nur auf dass ich kaum was getroffen habe nein ähm ich erbau nicht grad die geilte doch wenn ich später 6-6 irgendwas stand aber egal 6-6-6 Shadow hat ein S-Rang auf Malfight eine S-Rang auf Malfight das Spiel ist Vielen Dank.